So ist das. Ah, okay. Ha. Naja, wie dem auch sei. Dann hab ich das hier fertig. Nein, ich möchte schon in Boston reinzoomen. Jawoll. So, was können wir denn hier mal machen? Ich finde, wir bewegen uns jetzt mal zum Hafen. Meister, ja, per Schnellreise dahin. Ruck zuck geht das. Ich finde das Tomahawk Hammer geil, muss ich sagen. So, Meister. Achso, ja, das ist hier Upgrades. 19.000 Brandgeschosse. Sehr effektiv gegen größere Schiffe, okay. Frage ist nur, feuere ich dann immer alles mögliche ab oder muss ich das dann extra auswählen? Hm. Ich würd' ja mal sagen, wir machen einfach mal diese Mission. Senken mal das Risiko. Weil ich da gerade total Bock drauf hab, auf so ne Schiffsmission. Oh, ja. Ah, 1773 ist das ja. Ich hab nämlich schon die ganze Zeit überlegt, welches Jahr ist hier im Spiel. Also welches, in welchem wir uns gerade befinden. Oh, Feinde. Oh, verdammt. Ja, das war nicht so klug, aber egal. Bam, das haben wir versenkt. Bereit zum Feuer von mir! Schieff! Bereit zum Feuer! Feuer! Jawoll, das ist Brei, das Schiff. Noch nicht! Und Feuer! Ah, das ging auch in die Hose. Bereit zum Feuer! 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 Hey, nehm weg! Oh, schade. Schieff! Achten auf, halb! Hins nicht! Hins nicht! Feuer! Feuer! Jawoll, ja. Jawoll, ja. Das war doch gut. Feuer! Das wird nicht schiefen! Feuer! Feuer! Jawoll, ja. Das haben wir auch noch erwischt. Ha, ha, ha! Wenn ihr seid zu Feuer! Den Eichsgeriss! Drehen! Drehen! Und Feuer! Feuer! Alter Schwede, das Ding hat echt Feuerkraft. Oh, ich hab's geschafft! Juhu! Juhu! Irgendwie. Juhu! Nochmal drauf! Ah, cool, okay. Haben wir geschafft, obwohl es nicht noch versenkt wurde. War aber, glaube ich, erst danach noch, oder? Na, egal. Wir haben's geschafft. Das hat gebockt. So eine geile Seeschlacht da mal eben. Ich glaube, davon mache ich gleich noch die anderen beiden, die da waren auf der Route. nicht. Na, ich... Ah! Bevor ich das mache, ich hab hier ja für ihn diesen Plunder gesammelt, hätte ich fast gesagt. Was hast du für mich? Das sind ein paar gute Stücke. Was denn? Dafür kriegst du einen Brief. Jawohl! Bitte schön, Captain. Den Rest hole ich mir später. Okay. Neuer Zielort auf der Seekarte freigeschaltet. Uh! Cool. Sechs Klunker müssen wir für ihn finden. Okay. 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 Nach Kuba geht's auch noch und so. Naja, ich würd sagen, nächste Mission, ne? Hammer geil und so. So, was müssen wir diesmal machen? Oder was haben wir diesmal zu tun? Oh, ne, ne, ne. Aber was war das? Ah, okay. Kettengeschoss? Und was macht das, wenn ich fragen darf? Probieren wir mal die Kettengeschosse aus, ne? Können ja wechseln, wenn's, naja, scheiße ist. So, da segel ich einfach rum um den Stein. Lieber auf Nummer sicher gehen. Weniger Knoten, halbe Segel! So. Das Gebiet hier sollen wir untersuchen. Was gibt es denn hier Schönes? Jetzt geht's zur Sache, Jungs! Oh, ein paar Schiffe. Geil. Schiffe durchran, zerstören. Oh, komm, die ramme ich tot. Schieb! Auf mein Zeichen! Und Feuer! Juhu! Oh, alles voll daneben. Was machen, Jungs, lieber Feuer! Macht's schnell! Noch nicht! Feuer! Juhu! Jawohl, ja, noch eines versenkt hier. Haha! Ihr könnt gar nix! Juhu! Ah, scheiße. Jawohl, ja, gleich zwei versenkt hier. Bereit, wenn ihr seid, Sir! Er reicht zum Feuern! Bereit, sei da abgebildet! Ihr seht nur in den Weg! Furcht! Achter! Verlohnen, nachladen! Erwartet, Befehle! Schieb! Zeit, krachend, Jungs! Feuer! Jawohl, das ist versenkt. Wir wollen jetzt besser! Wir wollen jetzt doch sagen! Jetzt kann ich übernicht diesen Funsen! Ja, oh ja. Gut, habe ich sie halt nicht durch Ramm vernichtet. Hat es aber auch ganz gut geklappt. Nicht? Oh. 18 Frames gerade. Gefällt mir nicht. Ja, schon besser so. Egal, scheiß drauf, dass ich da nicht 100% habe. Da scheiße ich mal drauf. So, eine gibt es noch. Die übernehme ich natürlich auch direkt. Und dann möchte ich mal wissen, was das jetzt genau bringt im Einzelnen. Ne? Schauen wir gleich mal. So, letzte in tiefster Nacht. Da, okay. Oh, cool. Einen berüchtigten Freibeuterschiff hinterher jagen. Mal schauen. Ich wechsle auch, denke ich mal, wieder auf normale Kugeln. Die waren zwar ganz cool, diese Kettengeschosse, aber... Nee, nichts für mich. Vollkugeln. Sehr schön. Das soll ich... Ups, falsche Taste. Baaamm. Juhu. Tja. Feuer! Volles Segel! Geben alles, Männer! Volles Segel! Auf mein Zeichen! Feuer! Verzeih, Sir! Geht nicht! Schieß! Jawoll, ich verpasse dem voll was. Ich erwisch die voll jedes Mal. Geil. Oh, oh. Ups. Das war dumm. Ah, so geht's auch. Feuer! Oh, verdammt. Da hab ich zu früh losgelassen. Oh. Juhu, das wird spaßig. Sehr schön. Das ging gar nicht mal so schief. Auf mein Zeichen! Sie haben uns getroffen! Breitseite abgeben! Lachen! Schieß! Hahaha! Halbes Segel, Männer! Halbes Segel mit Feuer! Doch nicht! Und ihr schießt, dass die Augen ist! Lachen noch nach! Schieß! Bereit zum Feuer! Bam! Da haben wir den aber. Eine fette Ladung verpasst du. Junge, Junge, Junge. Bereit zum Feuer! Ja, Kier hält nicht mehr viel ab. Feuer! Aus mein Zeichen! Feuer! Hörst du runter! Achso, musste ich gar nicht mehr. Ha, ha! Feuer frei! Ach, ne, Feuer! Ah, in den Wind drehen ein bisschen. Jawohl, so. Bereit zum Feuer! Reitseite abgeben! Jawohl, wir haben das dicke Ding versenkt. Die haben uns sehr abgeholt. Die weg! Kanoden beschädigt, Captain. Bereit zum Feuer! Ha, keine Chance. Oh, verdammt, da hab ich verzogen doch noch. Wir werden schwer beschädigt! Feuer! Bereit zum Feuer! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vincent James Jawoll, das lief doch geil Haben wir da fett eine Flotte versenkt mit einem Schiff Weil wir es einfach drauf haben Und wofür haben wir den Bonus bekommen? Keine Ahnung Oh ja Das hat gebrockt Gerne wir Bin mal gespannt, was es noch so für Missionen gibt Ach ja So, Davenport Davenport-Siedlung So, mehr gibt es Hier scheinbar nicht Ah ne, hier, Hinkebein Jawoll, Captain Kids Karte holen wir uns jetzt mal Wir wollen den Schatz haben Fort Wolcott Beschießen wir die mit dem Schiff? Ach, schade, geht wohl nicht Das Fuhr ist nicht verlassen, wie es sein sollte Ist so besetzt, wie nur möglich Aha Aha Dann trauche ich etwas, um sie abzunehmen Sobald ich aus der Sicht bin Warte 10 Minuten und beschießt sie Ich schliffe für den Schutz des Feuers durch Uh, ha, geil Klingt recht gefährlich, aber du schaffst das so Glaub kaum, dass die verurteilte Piraten die Lucky Lem oft aus der Zelle lassen Also, wenn seine kleine Schriftrolle irgendwo ist, dann da Okay Also Lucky Lams Zelle finden Warnung unentdeckt bleiben Oh, wie ich sowas liebe Ach ja Bilde deine Reihe Präsentiert